Hey, hast du das Spiel von Real Madrid gesehen? Zum 50.000. Mal. Ich habe es dir im Aufenthaltsraum erklärt. Ich habe es auch anderen in den Aufenthaltsraum erklärt. Ich bin Wrestling-Fan. Wrestling ist mein Herz, mein Blut, Alter. Warum Wrestling? Ganz einfach, weil Bayern, die gewinnen jedes verdammte Spiel, ey. Es wird so langsam langweilig und Sonnenschein und Regenbogen und... Wenn ich schon dran denke, wird es mir wieder übel. Und guck, beim Wrestling, ey, da gibt es richtige Holy-Shit-Momente. Da springt einer von der, sagen wir mal, 7-Meter-Leiter auf dem Gegner und... Oh, richtig geil, ey. Und das mit der Leiter, ey, und die Torte geht ab und Holy-Shit, Alter. Real Madrid, ernsthaft, ernsthaft, wenn ich ihm scheiß Cristiano Ronaldo mit scheiß Gelb, ey, mit ihm scheiß Torwart. Ja. Und da steht auch noch eine spanische Mancha? Ja, sicher. Wir leben in Deutschland. Ich bitte nicht. Wie kann man Real Madrid-Fan sein? Ja, sie spielen halt gut. Nur weil ich jetzt in Deutschland bin, heißt das nicht, dass ich wieder spanische Fans sein kann. Du machst mich bekloppt, weißt du das? Du machst mich gerade ehrlich gesagt. Real Madrid-Fan, ehrlich? Ich fass mich nicht an. Was willst du überhaupt? Ja, was willst du überhaupt? Das muss ich fragen. Pass auf, was du dir wünschst. Hey, stopp, 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 stopp. Was willst du, ey, überhaupt? Arbeitest du überhaupt hier? Bist du Praktikant? Das kann dir doch scheißegal sein, oder? Junge, ich geh dir gleich an den Pfaden. Pass auf, was du willst, hä? Hau ab. Ich schwöre. Du mischst immer nicht ein mit deinem Scheißerben. Ey, 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 ey. Ich hol gleich die Security. Was willst du? Willst du die Security holen? Heb ruhig die Faust. Ich bin MMA-Fighter. Oh, hab ich jetzt einen Schiss vor dir. Oh. Raus jetzt. Oh, hab ich einen Schiss. Raus jetzt und hol ich dich die Security vor dir. Pass auf, was... Gleich knallt's wohl, ey. Alter. Und deshalb bin ich kein Fußball-Fan. Ja, das wird auch verstanden. Äh... Boah, endlich Feierabend. Ich bin fertig für heute. Ey! Wo willst du hin? Wo willst du hin, hä? Nach Hause. Warst nach Hause? Warst nach Hause? Ja. Jetzt bist du dran ? Untertitelung des ZDF für funk, 2017